Wir wollen, dass alle Kinder faire und gute Perspektiven und Chancen für ihr Leben haben. Heute leben leider über 4 Millionen Kinder in Deutschland in von Armut gefährdeten Familien. Unsere Idee, das Kinderchancengeld mit dem Chancenpaket. Die vielen heute unübersichtlichen, komplizierten Leistungen werden gebündelt, vernetzt, vereinfacht zu einer Leistung, die direkt bei den Familien und Kindern ankommt. Ganz besonders dabei das Chancenpaket für die Kinder. Damit investieren wir vor allem in Bildung, in Zugang zu Sport, Kultur, Mobilität und Teilhabe in der Gesellschaft. Damit alle Kinder in unserem Land faire und gute Chancen und Perspektiven für ihr Leben haben, egal in welchem Umfeld sie groß werden.